Auch in Bulgarien wird über Neuwahlen gesprochen, am Tag nach der Wahl. Die Partei von Ministerpräsident Beuko Borisov liegt in Führung, trotz herber Verluste. Eine neue Regierung zu bilden dürfte enorm schwierig werden. Borisov bietet nun ein Expertenkabinett an. Im April sollen doppelt so viele Impfdosen nach Österreich geliefert werden, wie im März, wenn es nicht wieder zu Lieferengpässen kommt. Ohne Impfung kein Ende der Pandemie, ohne Impfung keine Freiheit. Mit vollständiger Impfung, also meist zwei Dosen, so die neuesten Erkenntnisse des deutschen Robert-Koch-Instituts, kann das Virus nicht mehr übertragen werden. Deutschland hat nun angekündigt, geimpften Menschen mehr Spielraum zu verschaffen. Geimpfte und negativ Getestete sollen gleichgestellt werden. Gewalt an Frauen ist weltweit ein Riesenproblem, auch hierzulande. Vor einem Monat hat ein Mann seine ehemalige Freundin, eine 35-jährige Trafikantin, mit Benzin übergossen und angezündet. Heute ist sie ihren schweren Verletzungen erlegen, wie die Staatsanwaltschaft Wien bestätigt. Rund 20.000 Menschen werden in Österreich im Laufe eines Jahres in die Psychiatrie eingewiesen, da sie für sich oder für andere gefährlich werden könnten. Doch das System versagt auch. Nach einem dramatischen Fall vor vier Jahren hat eine Kommission viele Lücken festgestellt. Nun wird das Unterbringungsgesetz novelliert. In Indonesien und Osttimor sind bei Sturzfluten und Erdrutschen mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende werden noch vermisst. Diese Inselgruppen in Südostasien haben in der Regenzeit häufig mit Naturkatastrophen zu kämpfen. Zurück nach Europa. Italiens Städte. Italiens hat die Pandemie besonders hart erwischt. Es fehlen Touristen. Die Kulturstädte haben Milliarden Ausfälle hinnehmen müssen. Bald wollen Florenz und Venedig anders durchstarten. Die Bürgermeister haben einen gemeinsamen Plan entwickelt. Mehr lokale Produkte, weniger Wohnungsvermietungen, weniger Airbnb. Wir sind am Ende der Sendung. Im Namen des Teams sage ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und hier sehen Sie jetzt Glanz für die Ewigkeit. Die Restaurierung von Stiftmelk. Schönen Tag noch. Untertitelung des ZDF, 2020